Bekomme ich automatisch die Grundrente, wenn ich 35 Jahre Wartezeiten für eine Altersrente erreicht habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Grundrente lässt uns nicht los. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen zu diesem Thema. Und hier eine ganz interessante Fragestellung, kurz und knapp. Ich habe 35 Jahre Wartezeiten für eine Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Rente, die Sie kennen mit 63, meistens mit Abschlag. Bekomme ich dann automatisch auch die Grundrente zuerkannt? Da kann ich einfach nur sagen, ja und nein. Das heißt also auf Deutsch gesagt, ich muss mit Ihrem Versicherungsverlauf vornehmen aus Ihrem Rentenbescheid und muss einfach gucken, welche der von Ihnen im Versicherungsverlauf ausgewiesenen rentenrechtlichen Zeiten überhaupt für die Grundrente zählen. Denn der Gesetzgeber ist ganz, ganz knallhart. Der hat das eingeschränkt. Der hat nämlich nur ganz bestimmte Zeiten, die als rentenrechtliche Zeiten anerkannt sind bei Ihnen, in der Altersrente als Grundrentenzeiten anerkannt. So zum Beispiel Beitragszeiten einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Tätigkeit. Oder Kindererziehungszeiten. Oder Pflichtbeitragszeiten für die Pflege, nahe Angehöriger. Und Ersatzzeiten und, und, und. Aber was er zum Beispiel nicht anerkannt hat, und das ist in vielen dieser Rentenbescheiden, die mit 63 in Rente gehen, ist Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, Arbeitslosenhilfe und freiwillige Beitragszeiten. Und da kann ich Ihnen nur sagen, alles das, was bei Ihnen in Ihrer Rente in den 35 Jahren dort anerkannt ist, wenn da zum Beispiel Arbeitslosengeld 1 Zeiten mit drin sind, zählt nicht für die Grundrente mit dazu. Deshalb kann ich die Frage eigentlich nur immer mit einem Es-Könnte-Sein beantworten. Man müsste dann hier in der Tat wirklich den Rentenbescheid sehen und den Versicherungsverlauf. Und dann kann ich Ihnen sagen, ob die 35 Jahre mitziehen. Eine allgemeingültige Erklärung, dass wenn ich 35 Jahre Wartezeit für eine Altersrente für langjährig Versicherte erreicht habe, dass dann auch diese Zeiten als Grundrentenzeiten gelten, diese allgemeingültige Erklärung gibt es grundsätzlich nicht, weil der Gesetzgeber hier verschiedene rentenrechtliche Zeiten, die für die Altersrente zählen, bei der Grundrente schlicht und ergreifend rausgenommen hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!